Herzlich Glückwunsch an alle Leute die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble ich spiele heute mal wieder Mech Arena und ja was soll ich sagen ich habe hier übrigens ein Piloten reingetragen obwohl er gar nicht für die Waffe zuständig ist aber ich habe ihn trotzdem reingetragen damit ich ein bisschen hochleveln kann weil die anderen sind alle schon auf max level bei mir also auf level 7 ich muss jetzt sogar diese Piloten coins bezahlen damit ich die halt aufwerten kann ja auch wo ging das keine Ahnung ach da drauf da brauche ich 1500 Piloten ich habe erst 1280 deswegen level ich so lange den anderen auch noch mit hoch deswegen jetzt viel Spaß für die erste Runde was war das Wettbewerb und zwar 5 gegen 5 ne FFA war das FFA viel Spaß bis gleich ach nur eine Runde wahrscheinlich und danach werde ich oder spiel direkt schnelles Match Kontrollpunkte dann spiel ich dieses ich weiß nicht lasst euch überraschen die erste Runde geht los wir starten direkt mit dem weiter kann ich den Piloten noch leveln der ist zwar für Artillerie ist zuständig aber ich habe keine Artillerie spiele selten mit Artillerie eigentlich angellet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das hier sind wahrscheinlich Bots, so wie es aussieht Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, 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 das war schon mal sehr gut, würde ich sagen Boah, zwei Schuss Dorn, das wird so nett Bisschen Munition nachladen Das war die Rache des ZDF, das ist Wollte der nicht gerade unten erst lang gehen, dann geht der hier oben lang, ach Mensch Ja, das war die Rache des ZDF, 2020 Ach, ich hab kein, ach, warum bin ich nicht dabei, so ne Schweinerei, na egal Das war auf jeden Fall die erste Runde Bibi, das ist auch gleich auf Full Level Ich war nur der viertbeste Spieler, hat keinem doch nicht wahr sein, war ich so schlecht Naja, egal Naja, egal Dann Bis gleich Die nächste Runde geht los Und wir starten wieder mit dem Ich möchte meinen Piloten levelen Bevor ich gar keinen Piloten mitnehme, wie ich die ganze Zeit gemacht hab, hab ich mir halt überlegt Ist ja eigentlich besser, wenn ich den auch mitnehme und einfach level, auch wenn der Für diese Waffe Eigentlich nicht geeignet ist Ich bin aus Ich dachte der kommt hier runter, so ein Mist. Der kam ja gar nicht runter, dann nahmen wir noch schnell nach. Genau Bot, gib mir Heilung. Bist du ein Bot oder nicht? Irgendeiner Traketen hier. Geil da unten. Oh Heilung. Heilung. Gib mir Heilung. MD, gib mir Heilung. Warte mal, da gibt es doch irgendeinen Knopf zum Drücken für Heilung. So, jetzt musste ich selber heilen. Jetzt heil dich. Ah, brauchst gar nicht. Oh, MVP. Okay, gib mir die ganze Zeit durchgehalten. Das ist schon etwas. Action Zeit, eine Minute und 51 Sekunden war ich im Kampf. Das ist eine Goldmedaille. Und hier zweimal Bronze. Eroberung. Eroberung, nur ein Schaden. Bisschen. Nein, Tötungen habe ich Gold, also am meisten Tötungen. Nicht schlecht. Schauen wir mal weiter. Ja, der ist ja auch gleich schon Level sehen. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, ich habe die meisten Kills. Kann man hier nochmal nachschauen. Obwohl, das haben wir ja gerade schon alles gesehen. Gut, dann sage ich mal wieder, bis gleich. Sind das alles eigentlich Bots oder? Das ist glaube ich ein Player. Der war aber ganz schlecht. Nur einmal erobert? Keine Ahnung. Gut, dann sagen wir bis gleich. Und die dritte Runde und schon wieder eine andere Arena. Auch schön. Drei, zwei, eins, go. Drei verschiedene Arena. Wenn die alle links gehen, gehe ich rechts. Na, es geht auch rechts. Ups. Oh, das hat mich doch fast erwischt. Oh. Oh. We have taken the lead. Ja, was soll ich jetzt sagen? Da hat mich gerade einer anvisiert. Und schon wieder anvisiert. Der da hinten war das. Ein bisschen zurücklaufen. Es sieht schon mal sehr gut für uns aus. Naja, sehr gut vielleicht nicht, aber es sieht schon mal gut aus. Die da hinten, die stellen mir irgendwie alle so schnell. Von meinem Team. Benutzt. Boah. Das war knapp. Da ist der, der immer die Rakete umfeuert. Abfeuert. Habe ich den noch? Ich glaube, ich habe den nicht mehr gekriegt. Jetzt kommt meine Spinne. Okay. 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 Sieg. MVP? Jawohl. Nur mit zwei Kills war ich so schlecht gewesen. Zwei Kills und dann MVP. Immerhin. Ach, jetzt ist der Auffall. Habe ich noch einen anderen Piloten, den ich auch noch aufleveln kann. Das mache ich jetzt. Zwei bester Spieler, okay. Gut, dann würde ich mir sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn euch das nächste Mal wiedersehen. Bis dann. Ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020